Das Internet der Dinge wird häufig als einer der wichtigsten Bestandteile der Digitalisierung angesehen. Aber was steckt hinter diesem Konzept? Stellen wir uns einen typischen Alltagsgegenstand wie zum Beispiel einen Kühlschrank vor. Bei genauerer Betrachtung ist das Leben eines Kühlschranks recht eintönig. Wenn wir ihn jedoch mit dem Internet verbinden, kann er plötzlich mit anderen Gegenständen oder Menschen kommunizieren. Er wird also zu einem smarten Gerät und kann uns mithilfe von Sensoren und Kameras mitteilen, wann welche Lebensmittel ablaufen oder was bald nachgekauft werden muss. Genau das ist das Grundkonzept des Internets der Dinge. Es ist also eine neue Dimension des Internets aus verschiedenen Objekten mit eindeutiger Identität, die miteinander sprechen, Daten austauschen und kooperieren. Dabei wird eine Verbindung zwischen der physischen Welt und der virtuellen Welt geschaffen. Derzeit laufen uns Begriffe wie Smart Home und Connected Car ständig über den Weg. Häuser stellen im Urlaub automatisch den Strom und die Heizung ab, um Kosten zu sparen. Autos zeigen uns den Weg zur nächstgelegenen Tankstelle, um Zeit zu sparen. Oder Uhren rufen bei Unfällen automatisch den Notruf, um unser Leben zu retten. Doch nicht nur für uns Konsumenten birgt das Internet der Dinge große Potenziale. Im industriellen Internet der Dinge sind es keine Alltagsgegenstände, die verbunden werden, sondern Maschinen, Maschinenteile, Produkte bis hin zum gesamten Inventar. Das industrielle Internet der Dinge richtet also den Fokus auf den Wertschöpfungsprozess in produzierenden Unternehmen. So können wir beispielsweise im Supply Chain Management vernetzte Komponenten und Lieferungen genau verfolgen. Oder Produktionssysteme können miteinander interagieren, kommunizieren und sich so untereinander kontrollieren und steuern. Durch verbundene Maschinenteile können Wartungsarbeiten vorhergesagt werden, bevor die Maschine ausfällt. Und durch verbundene Paletten und Container die Lagerprozesse teilweise automatisiert werden. Fassen wir kurz zusammen. Hinter dem Internet der Dinge verbirgt sich also ein recht einfaches Prinzip, nämlich Dinge untereinander zu vernetzen und so aufeinander abzustimmen. Natürlich gibt es einige technische und wirtschaftliche Herausforderungen. Aber angesichts der enormen Potenziale dieses Konzepts können wir damit rechnen, dass die Zahl vernetzter Objekte noch rasanter steigen wird, als sie es ohnehin bereits tut.